Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Jo, starten wir wieder mit unseren Legungen auf dich, beziehungsweise dann morgen dein, euer Herzblatt. Und ja, in die Großlegung. Ist-Situation, Zukunft, Paarlegung. Und wir schauen uns jetzt dich zuerst an. In Ist-Situation und werden uns hier gleich anzeigen lassen, was da für Botschaften, Impulse kommen möchten seitens der lichtvollen geistigen Welt. Ja, wie immer auch an die Bitte oder mit der Bitte an, eher so Erzengel Michael, um den Schutz für diese Seelengruppe, der Sternschnuppen für mich, für dieses Reading und hier auch um Führung, dass jetzt die Karten fallen möchten, die deine Situation, dein Leben, deine Liebe, dein Herzblatt ein bisschen näher bringen. Ja, schauen wir durch. Wir sind mit den kleinen Lennys, wie immer, unterwegs. Meine Lieben Legungen. Die Liebe hat sich umgedreht. Das Buch. Gut, dann gucken wir mal. 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 Gut. So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Ich stelle euch nochmal um und anders. So ist das besser. Gut. Ja, du hast hinter dir einen Mann liegen, der als Bär reinkommt. Der ist auch Seelenpartner, macht sich relativ viele Gedanken. Hat bei sich momentan eine andere Frau, die natürlich auch gerne Veränderungen hätte. Die das Geheimnis ist von ihm und man sich ja wahrscheinlich überlegt, ob man hier gemeinsam eventuell irgendwann weitergeht oder nicht. Gut, du hast ihm den Rücken zugedreht. Unter Umständen weißt du auch davon, denn du hast die Karten vor dir liegen, dass da in der Liebe Betrug ist. Und letztendlich gesehen ist es so, dass du hier für dich eine Lebensentscheidung zu treffen hast. Du weißt hier noch nicht so ganz genau, willst du das tun oder nicht. Und gehe ich weiter, werde ich hier einen neuen Lebensbeginn starten. Du machst dir auch Gedanken darüber. Noch ist das hier so ein bisschen blockiert. Höchstwahrscheinlich eventuell aus finanziellen Gründen, worüber du dir da Gedanken machst. Denn noch bist du hier mit den Finanzen recht sicher, mit deinem Nochmann. Und das ist dann immer so eine Überlegung. Sicherlich auch aus finanziellen Gründen. Tue ich das? Komme ich klar? Muss ich mir vielleicht erst einen Hintergrund schaffen, damit ich dann finanziell auch sicher bin, um diesen Schritt zu tun? Das sind auch richtige und positive Überlegungen. Das muss sein. Ich sollte das zumindest in Betracht ziehen. Ja, von daher, also auch hier Veränderungen. Du hast die Veränderung recht plötzlich hinter dir. Kann sein, dass du auch umziehst. Also, ja, das ist aber noch nicht ganz hundertprozentig durch in deinen Gedanken, weil du noch in die Entscheidung guckst und da liegt noch die Blockade drauf. Gut, es gibt vielleicht auch schon jemanden in deinem Leben, an den du denkst, möglich, dass du ihn vielleicht über die Arbeit kennst. Das muss aber nicht sein. Der Herr fällt auch in den Seelenpartnerbereich, der ist im Moment blockiert, weil er, ja, weiß, du bist noch in der Bindung. Er möchte da vielleicht nicht mit dir fremdgehen und den Sex mit dir haben, weil er weiß, da gibt es noch jemanden so ganz freundschaftlich. Ja, das will er auch nicht so ganz. Ja, du bist doch schon recht anziehend und da sind auch Gefühle da. Ja, und er möchte hier natürlich auch irgendwo weiter. Gut, noch ist es nicht so weit. Du bist diejenige, die hier für sich Entscheidungen treffen muss. Und das kostet dich ziemlich Energien, weil du dir relativ viele Gedanken machst. Hier ist der Energieverlust drinne und sicherlich auch über die Finanzen. Ja, ansonsten beruflich, den Job liebst du, vielleicht bist du auch unterwegs, du bist da angestellt, verdienst dein Geld. Das ist das, was hier reinkommt. Hast vielleicht auch schon mal einen Vertrag beendet. Das kann auch jetzt in diesem Jahr noch gewesen sein. Zumindest ist es letztendlich gesehen so, dass also hier vom Kartenbild her du dich da recht wohl fühlst, was deine Arbeit angeht. Und Finanzlage, wie gesagt, ist hier noch in den Sicherheiten. Da gibt es jetzt nicht das Thema. Hier hat man sowieso falsche Freunde aussortiert. Da kommen auch neue dazu. Man lernt ja andere Leute kennen. Ja, das ist das, was im Moment in deinem Kartenbild drin liegt. Ja, der Herr, der denkt auch genauso viel. Ihr habt aber nur hin und wieder Kontakt. Im Moment ist hier so ein bisschen Blockade in der Kommunikation. Gut, wir gehen jetzt in ein Zukunftsbild. Schauen wir mal. Gut, wir gehen jetzt in der Kommunikation. Gut, wir gehen jetzt in der Kommunikation. Hier kommt die Bestätigung von vorhin wieder rein, dass dein noch hier also fremd geht mit der Dame. Hier ist die heimliche Liebe. Hier ist jetzt auch eine Trennung drin. Also hier wird man sich trennen. Der Herr möchte hier eine Aussprache mit dir, also dein Nochmann. Und da gewisse Dinge klären. Hier liegt auch die Unehrlichkeit bei ihm. Das wird sich hier schließlich und endlich aber auch so auswirken, dass ihr zu einer Einigung kommt und dann jeder auch seine Sicherheiten hat. Du machst dir hier noch so ein bisschen Gedanken, was deine Finanzen angeht und fragst dich, da komme ich da klar oder nicht. Aber die liegen auch an der Arbeit und da liegt auch die Treue dran an den Finanzen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du dir hier Gedanken machen musst. Das ist eher hier ein bisschen sehr viel Kopf, dadurch auch ein bisschen die Psyche, die Unklarheiten, die hier natürlich alle laufen. Was hier dann durch die Trennung auch zum Tragen kommt oder gekommen ist. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben hier auf jeden Fall drin, dass du dir da keine Gedanken machen musst. Das hatten wir ja im Vorbild auch drin. Es wird hier somit auch dann in den positiven Bereich gehen, deine Finanzlage. Ja, mittlerweile liegen wir mit Ex schon halbwegs in der Vergangenheit. Der Herr, den du hier gerne hättest, der hat bereits hier wieder eine Einladung in deine Richtung im Kopf, ist Seelenpartner. Dem fehlen hier auch so ein bisschen die Klarheiten. Der möchte in die Sicherheiten, der trifft hier Entscheidungen, weil er in die Veränderungen will. Mit dem gibt es hier dann in dem Gespräch auch positive Entscheidungen. Also auch da geht es ziemlich offensichtlich weiter um die Tendenzen mit den Aussprachen, mit deinem Ex und mit dem Neuen. Ja, das müsste eigentlich noch bis Ende des Jahres passiert sein und dann hast du da mehr oder weniger auch deine Klarheiten. Ja, wo du zum einen mit der Trennung mit den Finanzen stehst, beziehungsweise sicherlich auch mit deinem neuen Herzblatt, der dir da ja durch den Kopf geht. Gut, wir gucken jetzt nochmal auf euch beide. Gut, wir gucken jetzt mal. So, das war die Sicherheit. Gut, mal gucken. Ja, also das sieht schon mal gut aus. Der möchte mit dir einen Neuanfang im Leben starten. Davon weißt du so noch nichts, würde ich jetzt sagen, weil wir hier noch keine Gespräche führen. Aber hier oben liegen schon mal wieder Begegnungen, die da stattfinden sollten. Ja, also wir haben hier dein Ecken. Ex-Partner mit der Dame, mit der er da weitergehen will. Und man wird das sicherlich regeln, was jetzt hier dann auch weiterhin passieren soll. Also das liegt ziemlich offensichtlich da. Ja, wie gesagt, noch hast du das hier noch so ein bisschen drin. Wird das jetzt was mit meinem Herzblatt oder nicht? Du möchtest Sicherheiten haben. Auf der anderen Seite hast du hier die Sicherheit liegen mit der Arbeit. Du wirst hier Entscheidungen treffen. Es wird hier Veränderungen geben oder es hat schon stattgefunden. Also das ist ziemlich offensichtlich da und dass du hier für dich beruflich hier auch in eine andere Richtung gegangen bist. Also ich würde jetzt sagen, du bist das schon. Hatten wir ja im Vorbild drin, dass das da eindeutig gut gelegen hat. So, falls du dir Gedanken machst ums Geld, da liegt es auch positiv drin mit dem Zulauf und positiven Karten drumherum. Also auch da nicht das Thema. Ja, wir haben hier wichtig die Beziehung mit der Sicherheit und dann auch eine feste Bindung. Da möchte ja dein Schatz hin, der im Moment noch keine Sicherheiten hat, der aber auch in die Veränderungen will. Klar, der hat im Moment auch den Sex im Kopf. Auf der anderen Seite, klar, ist der hier auch so ein bisschen im Moment am Zweifeln. Ist das jetzt die richtige Beziehung oder nicht? Ich habe schon längere Zeit nichts mehr gehört. Sollte ich jetzt wirklich nochmal was tun oder auch nicht? Weil hier liegt auch so ein bisschen die Verzweiflung in der Liebe, die Blockade in der Liebe. Und irgendwie wollen wir ja und irgendwas geht nicht so ganz weiter. Ja, gut, aber wir haben es drin gehabt, die Veränderungen kommen. Es wird hier zu Veränderungen kommen. Wir haben hier mehr oder weniger auch die Karten drin. Die Veränderung mit einer Entscheidung, das Ganze mit Sicherheit und dem Neuanfang. So, wir wissen, dass das hier rausgeht. Und dann hast du sicherlich auch deine Arbeit. Vielleicht machst du auch irgendwas selbstständig. Denn hier liegt auch so ein bisschen die Selbstständigkeit dabei. Oder es gibt den neuen Vertrag, der dann auch wieder etwas selbstständiger in der Tätigkeit ist. Auf jeden Fall wirst du wissen, wo du arbeitest oder demnächst eventuell neu anfängst. Ja, also hier ist ziemlich klar und deutlich zu erkennen, wir brauchen jetzt auch gar nicht weitergehen, dass du hier das Alte hinter dir lassen wirst. Da wird es Einigungen geben. Du gehst in den Neuanfang, der hier bereits liegt. Und hier gibt es die Sicherheiten mit dem neuen Partner, mit dem du hier auch weitergehen wirst. Also das ist da. Der hat Gefühle für dich. Da würde ich hier jetzt nicht anzweifeln, dass das nur die Sexualität ist. Nein, dem geht es nicht ganz gut ohne dich. Und der will ja auch in die Sicherheiten, sonst würde die Karte da nicht liegen. Ja, genau das finde ich euch. Ihr werdet wissen, wer da vielleicht jemand Neues schon anvisiert hat oder schon kennengelernt hat. Ja, und das Ganze vielleicht noch so ein bisschen wackelig ist, weil du noch nicht so ganz im Abschluss bist mit etwas Alten. Der hat keine Dame, der hier reinkommt. Der ist Solo. Du darfst dich noch restlos verabschieden, um mit deinem Neuanfang zu starten. Ja, genau das wünsche ich denen, die sich hier mit in Resonanz befinden. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Danke fürs Hiersein und bei mir sein. Alles Liebe. Eine tolle Woche. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.